schau mal chicken ein paar eisen gefunden und jetzt knapp eine stunde unterwegs ungefähr jetzt bin ich sechs mal wieder jetzt können jetzt sogar unseren reiseofen noch aufstellen war schon mal ein bisschen leicht braten wir haben noch ein paar äpfel können manchen die essenskiste mit reinlegen setzt linge habe ich mal hier mit rein rosen auch wir müssen später dann ein lagern angriff nehmen wir können ja erst mal ganz kurz und sagen unsere zuckerrohr ernten und zum glück zum schluss anreden rest anpflanzen hier liegt auch noch eins rum somit den rest könnten wir entweder schon ein paar bücherregale in angriff nehmen oder halt schon handelten gehen wir gucken mal 29 gut dass man mittel doch gut haben haben wir neun bücherregale wenn wir dann hier noch einen hinsetzen weil jetzt können wir aktuell bis 18 verzaubern er fischen sie drei ist klar da werden wir fischen sie zwei möglichen wir machen jetzt einfach mal noch nichts kiste für holz ja aufbauen ist meine stück größte stärke dankeschön so machen wir nämlich das holz rein wir den anderen gerödel eier können hier auch ein jungs weiß ich mir machen einfach noch eine kiste das zu büro lassen wir mal abernten können nicht permanent rüber ein müssen weg mit dir dann kann man erstmal noch mal bitte die unsere sachen kartoffeln auf jeden fall gut karotten kümmern auf das eigentlich können wir mal noch ein paar richtige felder für die in angriff nehmen ok ich bleibe gerade ich habe hunger ok roti biete so können wir nicht auch felder von denen machen wäre dann glaube ich eher interessanter allerdings muss man natürlich gern dann hierhin machen nur mal ganz kurz hier gucken wo wir hier runter kommen würden beziehungsweise können wir sogar abschneiden ich hoffe ich habe ja noch natürlich ja jetzt immer wieder ein terraforming aber es ist halt minecraft und da haben wir gleich kohle für unsere bricks unsere clay bricks zum brennen wir brauchen ich wieder viel 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 cola so gleich mal hier abtragen wir brauchen eh haufen weiße steine aber vielleicht machen wir auch erstmal ein temporäres feld hier hin beziehungsweise halt die temporären felder hierher so dass das dann halt hier die höhe wird wie gesagt ich werde es ja am liebsten vieles auf diese höhe angeglichen haben dann sehen wir natürlich gerade hier muss ich noch mal hier runter kommen und zack unseren feldern temporäre felder 1 2 3 5 und dann hier der wasser einmal rein dann noch mal da ein slap drauf ja schön ich darf das doch noch mal alles machen weil hier soll jetzt eigentlich die stufe sein machen wir so machen wir es halt so ja dann haben wir ja sowieso immer mal wieder was über dann können wir halt auch nach und nach mal hier angleichen nicht dass wir permanent nur an einer baustelle arbeiten weil das bringt ja dann auch immer mit dem zeitenanspruch beziehungsweise muss dann sogar das hier noch ausgewechselt werden und wie schon gesagt ich will ja am liebsten los wie mache ich das jetzt erstmal gehen wir schlafen und dann überlegen wir mal weiter wie wir es machen bei dem zufolge müsste ich ja das dann doch noch eins höher nehmen oder ich mache halt wirklich den rest dann wirklich noch eins tiefer so dass wir halt das dann wirklich so haben aber wir bekommen halt wieder viel viel erde wir brauchen allerdings noch ein bisschen mehr baumaterialien unter mir machen halt hier unten müsste man mal schauen wie das aussieht das clay bricks als stone bricks oder cobblestone weil hier müssen wir dann auch noch ein bisschen was angleichen hier müssen wir die eng auf jeden fall noch mit ausfüllen das sieht man ja dann eigentlich nicht mehr wäre ich das dann hier auch noch na gut hier können wir sagen hier geht an die stufe als müsste man das ungefähr bis hierhin auffüllen ungefähr erstmal ich will jetzt ja auch nichts hier ja wenden aber hier könnte man dann gucken wie das dann aussieht das müsste ich noch hier muss ich ja noch eins runter ja ja nachdenken entweder nehmen wir als wirkliche cobblestone das da sozusagen als fundament dient und wir probieren es einfach mal mit cobblestone und weiterfälle können wir selbst immer noch umwechseln auf stone bricks aber ich denke mal cobblestone wird gut aussehen herrlich am bitteln ja doch das können wir so lassen weil da arbeiten wir nicht bloß mit dem einen baumaterial sondern mit mehreren natürlich bin ich mir noch eine ganze ganze menge an clay farmen und habe hier noch sehr sehr viel abtragen aber das müsste eigentlich relativ gut aussehen da haben wir bloß die walls die brauchen wir jetzt nicht unbedingt die erde haben wir auf jeden fall genügend zum auffüllen so aber jetzt machen wir erstmal unsere felder dass wir daran auch noch ein bisschen vorankommen das müssen zum beispiel ein eigenes weizefeld machen ja dafür bräuchte ich ich mache erstmal noch ein bisschen wassereimer ein iron hole wäre empfehlenswert da habe ich mir schon mal ein wassereimer ja hier ich glaube die hohe war noch eine steinhoe und die hohe war schon kaputt gegangen ja steinhoe die nehmen wir noch mit dann machen wir halt mal noch eine wir haben auch vier temporäre felder da kommt das weizefeld hin dann könnte man Kartoffeln, Karotten ich brauche noch ein paar Slaps 1,2,3,4 Kartoffeln, Karotten, Weizen und rote Beete wir würden sogar die auslangen dann muss ich dann später mal soll das rum umsetzen dass ich permanent so runter springe 1,2,3,4 da war sie kaputt so der kürbis kann natürlich weg mit der Axt haben wir hier genau sogar schon mal ein kürbis zum verkaufen das können wir sogar erweitern wenn wir das wollen würden dann halt ein Stack bekommen wenn man die alle fertig sind müssen wir aber mal schauen so das erste Feld was wir machen ist natürlich ein Weizenfeld und ich wollte mir noch Stufe äh Stairs machen ich mach da erstmal Kabel Stone Stairs die können wir dann später auch austauschen wir brauchen immer mal wieder ein paar Stufen und ich wollte gleich noch Samen mitnehmen so so da können wir dann immer wieder ohne Probleme drüber laufen ohne dass wir Angst haben müssen wir im Wasser noch landen so mittlere Maustaste ist ein guter Trick da brauchen wir nämlich nicht permanent ins Inventar gehen und die raussuchen wie viel sind wir hier weg 1,2,3 1,2,3 1,2,3,4 dann brauchen wir nämlich gleich hier das Karottenfeld weil ich mache mir sogar den kleinen Teich hier zu könnte man allerdings machen weil hm jetzt mal wirklich hier ein Karottenfeld hin machen 1,2,3,4 fast wackelt hat Luft wie schon gesagt das sind erstmal nur temporäre Felder die kommen dann auch mal weg so eigentlich wäre es jetzt das beste wenn wir jetzt hier alles wieder abernten ich denke mal das machen wir auch dann machen wir nämlich auch das Feld hier zu im See schon mal zum gewissen Punkt hin dass der andere ähm die anderen Felder vertrocknen können sozusagen ähm 1,2,3,4 weil Kürbis ist ja sowieso schon extra mit und hat jetzt sein eigenes Wasser so sie wird Nacht ähm Fackeln haben wir ja noch ein paar die wollen mich doch jetzt veräppeln einfach schnell schlafen und dann muss ich die Pillager wirklich mir wäre es lieber gewesen du hättest einen Armbrust gedroppt kann man sich zwar selber herstellen aber hm wenn man den kostenlos bekommt warum nicht ähm ja gut dass wir unser Fleisch noch gebraten haben okay ähm genau wir müssen uns erstmal ganz kurz weizen Karotten können raus Kartoffeln und rote Beete muss ich aufheben die muss ich noch anpflanzen ich hoffe sie können auch erstmal hier raus und dann schnappen wir uns erstmal ein bisschen Erd und machen den See etwas trocken vor allem machen wir uns eine kleine unendliche Quelle noch irgendwo hin dass wir mit der noch ein bisschen arbeiten können noch noch Bis zum nächsten Mal.